KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Heute am 23.01.2023, kurz nach 16 Uhr, gingen bei der Autobahnpolizei in Ruchheim mehrere Notrufe über einen umgekippten LKW auf der B9 in der Anschlussstelle Mutterstadt Süd ein. Vor Ort konnte durch die Beamten ein auf der Seite liegenden LKW im Straßengraben im dortigen Kurvenbereich der Ausfahrt festgestellt werden. Der LKW mit Hänger war beladen mit Tannenbäumen. Der 26-jährige Fahrer des LKW konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Abfahrt Mutterstadt Süd in Richtung Speyer zurzeit gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim, die Freiwillige Feuerwehr, Mutterstadt, Rettungsdienste sowie die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst der Firma Höhl. Rettungsdienste sowie die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rettungsdienste sowie die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rettungsdienste sowie die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rettungsdienste sowie die Untertitelung des ZDF für funk, 2017